Einen ganz neuen Arbeitskomfort holen Sie sich mit dieser Gelenkarmleuchte aus Vollmetall auf Ihren Schreibtisch. Die robuste Lampe mit der großen Lupe eignet sich ideal für Elektronik und Feinmechanikarbeiten, Satzkorrekturen oder Briefmarkenfreunde. Die 120 mm Lupe schafft eine 1,75 fache Vergrößerung. Das entspricht drei Dioptrien. Die praktische Schraubklemmbefestigung hält die Lampe bombenfest am Schreibtisch. Sie eignet sich auch hervorragend zur Fixierung an dicken Tischplatten. Die große, ultrahelle 22 Watt Leuchtstoffröhre sorgt für ein angenehm blendfreies Licht. Der Leuchtkörper lässt sich um 360 Grad drehen. Für jede Menge zusätzliche Flexibilität sorgen die beiden langen Gelenkarme. So können Sie den Lampenkopf bis auf Tischplattenhöhe herunterziehen. Gönnen Sie sich den vollen Durchblick fürs Büro oder für Ihr Zuhause. Die Arbeitsplatzlampe mit Lupe macht's möglich.